Basketball-Zweitligist Foyenis Hagen trauert um seinen Trainer Matthias Grote. Der 39-Jährige starb nach Angaben des Vereins am Dienstagmorgen. Grote war bereits vor Jahresfrist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Allerdings arbeitete der ehemalige Mitspieler von Superstar Dirk Nowitzki in der U22-Nationalmannschaft weiterhin als Trainer des Zweitligisten Iserlohn Kangaros und wechselte zu Saisonbeginn als neuer Chefcoach zum Bundesliga-Absteiger Hagen. Grote bestritt von 1998 bis 2.2116 Bundesligaspiele für Brandhagen. Seit 2004 stand er für den neu gegründeten Verein Foyenis Hagen auf der Platte und stieg mit der Mannschaft als Kapitän 2009 in die Bundesliga auf. In diesem Sommer kehrte er als Trainer nach Hagen zurück, konnte den Posten aber aufgrund seines schlechter werdenden Gesundheitszustandes nicht selber ausüben. Die für den 1. November angesetzte Partie von Foyenis Hagen und Rasta Wächter wurde abgesagt. Bei allen anderen Begegnungen des 7. Zweitligaspieltages wird es eine Schweigeminute für Matthias Grote geben.